So, könnten sie das mal bitte kurz unterbinden? Ich habe nämlich eine Ankündigung zu machen. Wir werden ab sofort mit BullshitTV ein innovatives und interaktives Konzept ausarbeiten. Und zwar brauchen wir eure Mithilfe, wir brauchen eure Kommentare, kreative, lustige und sinnlose Kommentare. Und diese werden dann von uns zu irgendwelchen Passanten erzählt, okay? Also, man könnte zum Beispiel zu jemandem hingehen und sagen, hey, ich habe einen kleinen Penis. Ja, oder ihr schreibt, ja, also es wird wörtlich zitiert. Egal was, schreibt es in die Kommentare, macht was ihr wollt, es wird bestimmt lustig. Vielen Dank. Musik 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 Vielen Dank.